Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute nehme ich euch mit, wenn ich nach Hamburg fahre, um eine Sache zu machen. Wie ihr dem Titel höchstwahrscheinlich schon dann nehmen könnt, könnt ihr euch schon denken, was ich mache. Aber egal, lasst euch einfach überraschen und dann würde ich sagen, sehen wir uns später nochmal. Bis zum nächsten Mal. 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 Hier habe ich natürlich auch noch die Ärmel beflocken lassen. Astra und hier ist noch das Logo von der 2. Bundesliga drauf. Und ja, so sieht das Ganze aus. Und wo ich jetzt gerade schon verraten habe, habe ich mein Trikot auch beflocken lassen mit keinem geringeren als meinem Lieblingsspieler mit der Nummer 4. Philipp Ziereis. So sieht das Ganze aus. Ja, und was ich insgesamt bezahlt habe, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß, dass die Beflockung 15 Euro gekostet hat und das Trikot hat 74,95 Euro gekostet. Aber das habe ich nicht bezahlt, weil ich von dem Kaufpreis, da wurden noch 10% Rabatt abgezogen, weil ich AFM Mitglied bin. Und ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel das dann halt macht, aber könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn euch das interessiert halt. Ja, das soll es dann jetzt auch schon mit meinem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Und ja, wenn ihr, wie jetzt vorausgesetzt, keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis denn. Tschüss! Und dann würde ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis 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 jetzt noch einen schönen Tag.